Ja, schönen guten Nachmittag. Vielen Dank für die Einladung. Ich nehme beide Fragen auf. Also offene Grenzen für uns im Tourismus ist ein absolutes, also ein Mast eigentlich. Wir sehen immer, sei es bei Covid oder sei es auch bei anderen Anlässen, sobald die Grenzen in irgendeiner Form zugehen, und Sie haben ja gesagt, ich war lange auch bei der Österreich-Werbung, also da betrifft es auch dann wirklich Märkte von weiter weg, ist das für uns ganz dramatisch. Also das ist für uns eigentlich eine der schlimmsten Szenarien, wenn die Grenzübertrittsbestimmungen in irgendeiner Form verschärft werden. Das ist auch etwas, was uns zum Beispiel am britischen Markt durch den Brexit einfach wirklich wehtut in vielerlei Hinsicht. Die zweite Frage, was die Kornbahn betrifft, ist für den Tourismus eine Riesenchance. In Kärnten gibt es eigentlich drei Aspekte. Der eine Aspekt ist, dadurch rücken wichtige Herkunftsmärkte näher für uns. Also in erster Linie natürlich jetzt einmal in einer Phase 1 die Steiermark. Weitergedacht dann der ganze ostösterreichische Raum, also wichtige Märkte für uns, Niederösterreich und Wien und auch die Slowakei, weil die Gäste halt einfach eine nähere Anreise haben und wir wissen, und ich glaube, das kann jeder selbst nachvollziehen, je schneller ich wo bin, desto attraktiver ist dann auch die Destination. Also das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, das hat das andere Breimel schon gesagt, dass wir wachsen zusammen mit der Steiermark. Wir arbeiten momentan ganz eng mit Steiermark-Tourismus gemeinsam, um eine gemeinsame Destination zu vermarkten, weil zum Beispiel für den italienischen Gast das jetzt dann noch einmal attraktiver wird, weil er zwei Dinge erleben kann, die für ihn wichtig sind. Er hat die Seenlandschaft in Kärnten, die attraktiv ist und gleichzeitig hat er das Kulturangebot in Graz. Und das ist für einen italienischen Gast, das ist halt einfach eine längere U-Bahn-Fahrt, die die beiden Angebote miteinander verbindet. Und wir bringen jetzt gemeinsame Reiseführer raus, wir werden gemeinsame Kampagnen machen, wir haben gemeinsame Angebote, die wir entwickeln und vermarkten. Und der dritte Aspekt ist einer, wo immer die Frage ist, ist das jetzt positiv oder negativ, aber ich glaube, das muss man anders denken. Es ist tatsächlich so, dass Grazer vor Ort vom Wörthersee wird oder umgekehrt. Also wir brauchen nicht überlegen, ob es so sein wird, dass die Grazer in der Früh am Wörthersee fahren und am Abend wieder zurück, weil es wird so sein, die Frage ist einfach, was wir daraus machen. Und das eine wird sein, also schaffen wir es, den Gast dann auch irgendwie zu motivieren, einmal eine Nacht da zu bleiben und nicht am Abend zurückzufahren. Und das andere ist aber auch eine Riesenchance für eine Herausforderung, die wir im Kärntner Tourismus seit vielen Jahren haben, nämlich die Vor- und die Nachsaison, wo wir teilweise an den Seen weniger Gäste haben, als wir wollen und die Gäste weniger Angebot haben, als sie es gerne hätten, weil die Betriebe halt zusperren, weil sie sagen, da ist wenig los. Wenn wir jetzt den Ballungsraum größer denken und sagen, nicht nur die Menschen aus dem Zentralraum können einmal am Wochenende schnell im Mai, egal bei welchem Wetter am See fahren, sondern auch die Gäste aus Graz, dann schaffe ich einfach ein bisschen mehr Grundrauschen mit einem guten Angebot und dann bringe ich es auch so weit, dass die Betriebe sagen, also die Gastronomie und die Beherbergungsbetriebe, dann mache ich halt einfach früher auf, weil schon ein bisschen mehr los ist. Also da sehen wir ganz viele große Chancen und sind da auch schon sehr aktiv. Und jetzt komme ich aber zu meiner Präsentation, wo ich zu Beginn ganz kurz, ich habe gelernt in den einen, es macht Sinn, um mal ganz kurz zu sagen, wer sind wir eigentlich? Kärntenwerbung, der Name verrät es ein bisschen, wir machen Werbung für Kärnten. Wir machen aber tatsächlich Tourismuswerbung für Kärnten ausschließlich. Wir werden finanziert zum einen aus den Nächtigungstaxen der Gäste und zum anderen aus der Tourismusabgabe der Unternehmen. Und unsere Aufgaben, die wir zu leisten haben, sind im Tourismusgesetz geregelt. Das heißt, das wäre mir eigentlich einen relativ klaren Auftrag, eben die Tourismusangebote in Kärnten zu entwickeln, weiterzuentwickeln, Strategien dafür ins Leben zu bringen und dann eben auch zu vermarkten. Und da ist ganz oft die Frage, was wird denn jetzt eigentlich genau beworben und warum werden manche Dinge nicht beworben und andere mehr? Ja, da gibt es drei Parameter, die da zusammenspielen. Das eine ist, was wollen die Gäste eigentlich? Also was ist die Nachfrage der Urlaubsgäste? Das wissen wir sehr genau über diverse Studien, über Befragungen. Die Timona ist da vielleicht bekannt dazu. Das andere ist, was bieten wir in Kärnten eigentlich an? Also was ist unser Angebot? Und das dritte ist die Differenzierung zum Mitbewerb. Also wo ist Kärnten denn tatsächlich besser als andere Destinationen, Destinationen, die ja auch am Markt sind, wo jeder hinfahren kann? Und um das ein bisschen plastischer zu machen, wir haben in Kärnten tolle Arbeitsbedingungen. Das ist aber nichts, was wir in Schaufenster stellen als Kärnten Werbung. Das ist etwas, was dann tatsächlich die Kollegen vom Standardmarketing machen, weil wir den Gast, also den Urlaubsgast, unsere Zielgruppe, damit nicht ansprechen. Das ist für ihn nicht relevant. Das heißt, wir ziehen an einem Strang, haben aber unterschiedliche Zielgruppen. Das heißt, wir arbeiten sehr eng zusammen, wenn es darum geht, was ist unsere Marke, was sind die Geschichten, was sind die Bilder. Aber irgendwo gibt es dann doch Unterscheidungen bei den Zielgruppen. Also wenn es darum geht, Studierende anzusprechen, Arbeitskräfte anzusprechen oder eben Urlaubsgäste anzusprechen. Da gibt es sehr viele Gemeinsamkeiten, aber eben bei manchen Angeboten sagen wir, das ist nicht mehr unsere Aufgabe oder das ist nicht das, was den Urlaubsgast eigentlich interessiert. Das Zweite ist, wir bewerben nicht Urlauber mehr, obwohl das jetzt was ist, was den Urlaubsgast sehr interessieren würde, aber das haben wir halt einfach nicht zu bieten. Oder halt, wenn, dann machen wir es über eine Geschichte, die noch erwähnen wir. Und das Dritte ist, Apres-Ski-Gaudi, das haben wir im Land. Und das ist auch was, was der Urlaubsgast möchte, aber dafür stehen wir weniger als andere. Also Apres-Ski-Gaudi gerne, die Tiroler, die machen das besser, die setzen sich da mehr drauf. Wir haben ein anderes Angebot, deswegen, wenn Sie bei uns auf die Webseite schauen, wenn Sie bei uns in die Broschüren reinschauen, das ist nicht das Winterbild, mit dem wir in Kärnten werben. Also am Schluss bleibt genau das übrig, die Schnittmenge aus diesen drei Bereichen. Also wo haben wir wirklich ein Angebot, wo sind wir tatsächlich besser als der Mitbewerb? Und das muss aber dann auch noch den Gast interessieren. Und das sind die Bilder, die Sie dann sehen, wenn Sie unsere Kommunikation in irgendeiner Form mitbekommen. Sehr oft werden wir auch gefragt, ja, wir sehen eigentlich relativ wenig von der Kärntenwerbung. Das liegt daran, dass wir Kärnten als Heimmarkt eigentlich nicht bespielen. Das folgt folgender Logik, dass die Regionen in Kärnten sich darum kümmern, den Gast jeweils in ihre Region zu ziehen. Wir außerhalb von Kärnten tätig sind. Und das Gleiche macht ehrlich die Österreichwerbung, die in Österreich auch uns Landestourismusorganisationen das Feld überlässt und sagt, wir sind in den Auslandsmärkten mit euch gemeinsam unterwegs. Aber das sind die Bilder, die Sie wahrscheinlich dann doch ab und zu auch mal sehen. Also das ist der See, das ist der Badesommer an den Seen. Das ist das Thema Naturalpin, sehr oft in der Kombination Berge und Seen, weil das ist etwas, was uns wirklich vom Mitbewerb abhebt. Das gibt es nicht so oft in der Kombination. Und dann natürlich auch Winter, das ganze Thema Familie. Das sind die Botschaften, das sind die Bilder, mit denen wir rausgehen. Und dann kommt noch etwas dazu, und da bin ich ganz oft gefragt worden, als ich vor einem Jahr angefangen habe, nämlich, lieber Klaus Herrbrandner, du warst zu lange draußen irgendwie für die Österreichwerbung tätig, was ist denn das wirkliche Asset für Kärnten? Also was ist das, womit wir uns wirklich unterscheiden können? Und das ist tatsächlich unsere Lage und unsere Geschichte in einer Region, die von drei Kulturen geprägt ist. Also diese Schnittstelle dreier Kulturen, das ist für einen Urlaubsgast extrem spannend, weil er halt in einem Aufenthalt mehr bekommt als nur ein Land, sondern in Wirklichkeit drei Kulturen, drei Sprachen, drei Küchen, die da aufeinandertreffen. Also das heißt, das ganze Thema Alpe Adria Raum ist für uns eine ganz wesentliche Botschaft, die wir in der Tourismuswerbung auch rausspielen. Wir machen das, um drei Dinge zu erreichen. Zum einen wollen wir Menschen inspirieren, also die Leute, die uns gar nicht am Schirm haben, denen sagen wir, hallo, uns gibt es, wir sind Kärnten, bei uns gibt es Berge und Seen, bei uns gibt es ein Alpe Adria-Erlebnis, denkt doch mal an uns. Wenn die Gäste so weit sind, dass sie sich mit uns schon ein bisschen auseinandersetzen, wollen wir sie im Detail darüber informieren, was gibt es denn bei unseren Veranstaltungen, was gibt es bei uns an Hotellerie, was gibt es bei uns an Gastronomie und so weiter. Und das Dritte ist, wir möchten, dass die Gäste, wenn sie hier sind, ein gutes Erlebnis haben. Auch dafür sind wir in gewisser Weise zuständig, also Produkte zu entwickeln, gemeinsam mit den Regionen und den Betrieben, damit die Gäste hier zufrieden wieder nach Hause fahren. Warum ist das wichtig? Wir haben, das wissen wir aus der Gästebefragung, ein Drittel der Gäste, die bei uns sind, sind hier, weil sie von Bekannten und Verwandten Empfehlungen erhalten haben. Also da geht es um den Weiterempfehlungseffekt. Und das Zweite ist, ein Drittel ist hier, weil sie schon mal hier waren und zufrieden waren und gesagt haben, in Kärnten ist toll, da bin ich wieder hergekommen. Das heißt, das Produkterlebnis und dass das gut ist, ist auch für uns eine Marketingleistung, wo wir mitarbeiten mit den eigentlichen Anbietern. Wir sind ein Teil eines Ganzes, hat der Sandra Preiml schon gesagt, dass es geht jetzt nicht um die Tourismusmarke, sondern es geht tatsächlich um die Standortmarke. Dieses It's My Life, das ist eine Haltungsmarke, was jetzt weniger darum geht, dass wir den Leuten sagen, lieber Gast It's My Life, sondern was mehr eigentlich noch Ihnen gerichtet. Die Botschaft ist, das ist unsere Gegenwart, das ist unser Land, das ist unser Standort, um den es da geht. Und wir sind in der Hinsicht, das hat die Sandra schon hergezeigt, die Zielrichtung für 2030, wenn man einfach da auf den allerersten Satz schaut, also angekommen in einem Land, das sich gefunden hat, ohne seine Wurzeln zu verleugnen. Und das ist, glaube ich, so eine Botschaft, die wir alle sehr ernst nehmen müssen und auch sehr ernst nehmen, weil es für die Gäste wichtig ist, ein Land so zu erfahren, wie es, ja, mit allen Aspekten, mit der ganzen Geschichte, mit eben einer authentischen, mit authentischen Gastgebern, die halt auch dahinter stehen, was das Land anzubieten hat. Die Frage war nach der Nutzung des kulturellen Schatzes, also was in dieser, in dem, was ich jetzt erzählt habe, ist dann das, was tatsächlich rausgeht und was haben wir davon? Also für das touristische Angebot ist es bei uns jetzt, wenn ich zum Thema Zweisprachigkeit und zwei Kulturen im Lande komme, ganz stark eben die Kultur, die Traditionen, das Brauchtum, das ja auch erlebbar ist, Events und Veranstaltungen. Es ist die Kulinarik. Es ist aber auch eben dieses grenzüberschreitende Erlebnis, also grenzüberschreitende Routen. Das werden Sie sehen, wenn Sie bei uns auf die Webseite schauen, das Dreiländereck als Mettingpot mit all seinen Möglichkeiten und eben auch diese Geschichte in all seinen Facetten, die, auch die Ruinen, die Lost Places, das, was nicht touristisch inszeniert ist, einfach auch den Gästen näher zu bringen. Für das Systemtourismus ist dieser kulturelle Schatz wichtig, einerseits, weil wir ein Potenzial haben an zweisprachigen Frachtkräften, also das ist im Tourismus natürlich ein wichtiges Asset, einen starken Binnenmarkt, weil die Slowenen ja einerseits ein Auslandsmarkt für uns sind, per Definition, aber andererseits eigentlich Gäste sind, die nach Hause fahren, auch in ein Land, wo sie sich dann auch in der eigenen Sprache im besten Fall gut unterhalten können und da auch ein bisschen eben dieses im Ausland und doch daheim erleben können. Und zum Dritten natürlich auch über Produzenten und Lieferanten, die halt einfach diese zwei Kulturen auch hier im Land miteinander verbinden, was für Gäste ein sehr spannendes Erlebnis ist. Und das beginnt, ich fange jetzt mal ganz niederschwellig an dabei, dass wir einfach auch Geschichten erzählen können und auch die Sprache da ein bisschen reinbringen und Geschichten erzählen, warum ein Hotel auf der Gerlitzen Feuerberg heißt, auch die gemeinsame kulinarische Kultur. Es gibt eine Kärntner Küche, es gibt eine slowenische Küche, aber in Wirklichkeit ist das ja eins, auch das erlebbar zu machen. Und im Rahmen von Veranstaltungen all diese Möglichkeiten, beide Kulturen zu erleben, sei das jetzt am Bleiburger Wiesenmarkt, sei das jetzt am Villacher Kirtag und dort auch dem Gast das zu bieten, dass er im Land zwei Kulturen auf einmal leben kann. Dann haben wir natürlich grenzüberschreitende Angebote in vielerlei Hinsicht. Ein Flagship ist sicher der UNESCO-Geopark Karawanken, das ja nicht eine Destination ist, sondern eigentlich eine ganze Vielfalt an Angeboten auf beiden Seiten, die da miteinander sehr intelligent verknüpft sind und den Menschen die Möglichkeit bieten, jetzt wirklich rundherum alle Themen, die wir in Kärnten und Slowenien gemeinsam spielen, auch zu erleben. Und dann sind es viele grenzüberschreitende Touren. Der Trauradweg, der in dem es über mehrere Länder geht, aber halt zentral über Slowenien und Kärnten. Der Traurpadlweg, den wir jetzt ausweiten wollen, eben auch mit einer Weiterfahrt nach Lavamünd in Slowenien, Projekt, an dem wir gerade arbeiten. Der Alpe Adra Trail, sicher ein Flagship, was darum geht, eben diese drei Kulturen miteinander zu verbinden und erlebbar zu machen und auch die Geschichte dahinter zu erzählen. Dann gibt es eine ganze Reihe von Mobilitätsprojekten jetzt in der Pipeline oder eben schon für Gäste buchbar. Gut etabliert haben Sie die Sprinter, also den Mikrotra Sprinter, der Karawanken Sprinter, wo es darum geht, dass ich auf der einen Seite ein gutes Radangebot habe, also gute grenzüberschreitende Radwege, aber gleichzeitig auch das Mobilitätsangebot, dass ich mich dann eben in Kranzgergora, in Ljubljana, in Davies, in Udine, wo auch immer, dann auch in einen Zug setzen kann und mit meinem Rad wieder zurückfahren kann. Und wie gesagt, einige Mobilitätsprojekte, die grenzüberschreitend sind, die auch gerade im Werden sind oder in der Pipeline sind. Was heißt das zukünftig für die Kärntenwerbung? Also das ist das Bestehende, aber wie geht es jetzt weiter? Das Wörthersee Gravel Race haben Sie vielleicht mitbekommen dieses Jahr zum ersten Mal mit großem Erfolg. Da war der Ansatz, dass man gesagt hat, man macht keine Wörthersee-Veranstaltung draus, sondern es ist wirklich bewusst die Routenführung auch ins Rosenthal, um einfach mehr zu zeigen, als das Bekannte und auch diese kulturelle Vielfalt im Land darzustellen. Wir haben ein Projekt in Arbeit, wo es darum geht, den Alpen-Adria-Raum auch mit dem Auto gut erlebbar zu machen. Und wir haben eine schöne Geschichte, die sie etabliert hat, die Adventmärkte in Kärnten, ein Zusammenschluss, ein wunderbares Adventerlebnis, das immer populärer wird, auch gerade für den slowenischen Gast, für den italienischen Gast, wo wir daran arbeiten, das zu professionalisieren, die Gäste vermehrt dazu zu bringen, dass sie auch hier bleiben und auch auf diesen Weihnachtsmärkten dann ein sehr vielfältiges, zweisprachiges Angebot, auch wenn ich zum Beispiel an die Betzen denke, hier erleben zu können. Und ja, Slow Food Kärnten ist, glaube ich, bekannt, ist ein Programm, wo auch die Vielfalt im Land und auch die zweisprachigen Gastgeber und so weiter gut abgebildet sind. Wir werden generell aus der Marke heraus vermehrt nicht nur mit Landschaften und mit Bergen und Seen, sondern auch mit der Kärntner Seele ein bisschen arbeiten, wo natürlich jetzt diese kulturelle Vielfalt ein wichtiger Faktor ist und wollen Kärntner Originale ins Schaufenster stellen. Und letztlich geht es halt auch immer wieder darum, Events und Brauchtum sichtbar zu machen auf all unseren Kanälen. Das wäre so ein bisschen ein Querschnitt dessen, wie wir diese kulturellen Schätze in der Tourismuswerbung heben und wie wichtig das für uns ist. Und ja, ich freue mich auf die Fragen und auf die Diskussion. Vielen Dank. Applaus